Peppa und Mama Wutz fahren heute mit Autoscootern auf dem Yamaha. Du kriegst mich nicht, Luisa. Oh, doch, warte nur. Komm mit, Peppa. Wir haben etwas entdeckt. Eine Wildwasserbahn. Da spritzt es extrem. Ich liebe es, wenn es spritzt. Man wird nass. Mama Wutz mag keine Fahrgeschäfte, bei denen man nass wird. Wie wäre es mit einem Fahrgeschäft, bei dem es nicht spritzt? Wie diese Bank hier. Oh, das macht Spaß. Hier setzen wir uns hin, aber nachher. Komm schon, Mama. Alle sind bei der neuen Wildwasserbahn angekommen. Sie heißt Selleristik Wasserfahrt. Oh, stopp. Oh, das spritzt ja gewaltig. Ja, es spritzt ganz, ganz extrem. Selleristik, Selleristik, Erwachsen nach vorne. Das heißt, du, Mama Wutz, sitzt hier. Oh, klar. Ähm, okay. Hier ist es ja ganz nett. Zuerst steigt das Boot ganz hoch hinauf. Klitsch, platsch, nass. Wir haben alle Spaß. Äh, äh, äh. Äh, äh. Nicht jeder hier wird gerne nass. Juhu. Soll es ein bisschen spritzen, viel spritzen oder extrem spritzen? Äh, äh. Es soll extrem spritzen, bitte. Ja. Okidoki, bereit? Ja. Nein. Fünf gegen eins. Und los geht's. Die Wasserbahnfahrt ist sehr rasant und es spritzt gewaltig. Ja. 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 Das war fantastisch. Es hat wirklich sehr extrem gespritzt. Mama, was tust du denn da? Das Gespritze war fantastisch. Fahren wir nochmal. Ja. Jetzt liebt Mama Wutz es auf, wenn es extrem spritzt. Juhu. Ja. Pepper und ihre Freunde gehen heute in den Süßwarenladen. Hallo Frau Mümmel. Ich hätte ganz gern alles in diesem Süßwarenladen. Hier ist meine Münze. Pepper und ihre Freunde haben alle eine Münze, um sich etwas zu kaufen. Hier ist auch meine Münze. Mäh. Und meine. Und meine. Wow, das ist echt viel Geld. Aber es ist leider zu wenig, um alle Süßigkeiten zu kaufen. Oh, ja. Eine Münze ist perfekt, um meine neuen Süßigkeitenmaschinen zu testen. Oh. Ihr wählt einfach eine Maschine aus, werft eure Münze ein und drückt den großen roten Knopf. Hm. Hm. Erdbeerbänder. Aber Erdbeeren sind Obst, keine Süßigkeiten. Meine Süßigkeiten werden aus köstlichem, echtem Obst gemacht. Schmeckt viel besser und ist viel gesünder. Leckere Erdbeeren. Die sehen aus wie Haare. Du hast recht. Ich habe einen Erdbeer-Pferdeschwanz. Ich bin dran, ich bin dran. Emily Elefant hat eine Regenbogen-Lutscher-Maschine entdeckt. Bei dieser Maschine drückst du den Knopf mit dem Symbol deines Lieblingsfruchtgeschmacks. Hm, gelbe Banane. Oh, du liebst rote Äpfel. Oh, und rosa Himbeeren. Und blaue Blaubeeren. Und grüne Äpfel. Du magst jeden Fruchtgeschmack. So, fruchtig. Guckt mal, eine sich drehende Schüssel. Eine Süßigkeiten-Zahnseiten-Maschine. Wirf einfach deine Münze ein und probier sie aus. Wow. Das schmeckt nach Kokosnuss. Es sieht genauso aus wie du, Luzi. Und jetzt sieht es noch mehr aus wie du. Was ist das? Du kannst es ja herausfinden. Aber ich dachte, das ist eine Süßigkeiten-Maschine und keine Geld-Maschine. Kann ich damit vielleicht echte Süßigkeiten kaufen? Das musst du gar nicht. Diese Münze ist schon eine Süßigkeit. Es ist eine Schokoladen-Münze. Schokolade. Hurra. Pepper liebt Süßigkeiten aus dem Süßwaren-Laden. Jeder liebt Süßigkeiten aus dem Süßwaren-Laden. Die Nüsse auch. Mama Wutz hat Pepper und Schorsch heute in einem besonderen Spielzeug-Laden mitgenommen. Hallo. Ich suche nach einer Mama und zwei Kindern für ein besonderes Spielzeug-Erlebnis. Habt ihr sie gesehen? Das sind wir. Ach ja? Worauf wartet ihr dann noch? Los geht's. Hurra. Hier könnt ihr euer ganz eigenes Spezial-Spielzeug entwerfen. Sucht euch einfach etwas aus. Zur Wahl stehen ein Roboter, eine Prinzessin, ein lustiges Monster und ein... Dinosaurier. Ich wusste nicht, dass du Dinosaurier magst. Dinosaurier. 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 Schorsch liebt Dinosaurier. Das sind nämlich seine Lieblingstiere. Dann wissen wir wohl, was er auswählen wird. Viel Spaß. Oh, gute Wahl. Reizend. Ein Astronaut. Ein Monster. Eine Superheldin. Pepper und Schorsch gefällt es, ihr eigenes Spielzeug zu entwerfen. Ihre Vorlieben sind sehr verschieden. Meins ist ein Roboter. Dinosaurier. Fantastisch. Und mit ein wenig Spielzeugladen-Magie baut die Maschine jetzt eure Spielsachen. Heizen. Jetzt fehlt nur noch die Kleidung für eure Spielsachen. Es stehen viele Kleidungsstücke zur Auswahl. Pepper und Schorsch finden die perfekte Kleidung für ihre neuen Spielsachen. Hurra. Perfekt. Und rein damit. Oh je. Die Spielzeugmaschine hat den Spielsachen die falsche Kleidung angezogen. Die Maschine hat die Outfits vertauscht, Frau Mümmel. Oh ja. Nun ja. Ich finde die Spielsachen immer noch toll. Und sehr kreativ. Fliegen macht Spaß. Whee. Warte auf uns, Pepper. Whee. Wow. Was ist denn das für ein Raum? Das ist eine ganz neue Spielzeugmaschine. Stell dich in der Mitte hin, Pepper. Was macht sie denn da? Stillhalten. Was war denn das? Tada. Die Maschine hat ein Spielzeug gebaut, das genau wie Pepper aussieht. Guck, Schorsch. Ich bin winzig klein. Whee. Und du bist es auch. Pepper und Schorsch macht es Riesenspaß, Spielsachen zu entwerfen. Aber Schorsch liebt es noch mehr, selbst ein Spielzeug zu sein. Pepper und ihre Spielgruppe machen heute eine Klassenfahrt. Hallo allerseits. Seid ihr bereit für die Klassenfahrt in meinem schönen neuen gelben Bus? Oh. Oh. Was ist mit dem alten blauen Bus passiert, Frau Mümmel? Er hatte am Wochenende eine Panne, als ich eine gemütliche Spazierfahrt unternahm. Oh je, für Frau Mümmel und ihren Bus ist das Rennen vorbei. Er ist beim Mechaniker für ein paar kleinere Reparaturen. An diesem Bus muss so ziemlich alles repariert werden. Pepper und ihre Freunde sind noch nie in einem großen gelben Bus gefahren. Alle anschnallen. Fertig. Dann geht es los. Ups. Ich probiere es gleich nochmal. Frau Mümmel ist es nicht gewohnt, diesen Bus zu steuern. Yeah. Wow. Whee. 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 Ja. Ja. Oh. Der gelbe Bus fährt Madame Gazelle etwas zu schnell. Frau Mümmel kann der gelbe Bus Musik abspielen. Der gelbe Bus kann ganz viele Dinge. Es kann das hier. Und das. Wow. Und das. Wow. Und natürlich das. Wow. Wow. Der gelbe Bus kann Musik sogar sehr laut abspielen. Gönnen wir die Musik etwas leiser drehen? Natürlich, Madame Gazelle. Oh. Warum singen wir nicht einfach ein Lied? Die Räder am Bus drehen sich rundherum. Rundherum, rundherum. Die Räder am Bus drehen sich rundherum den ganzen Tag. Spielen wir. Ich sehe was, was du nicht siehst. Gute Idee. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das beginnt mit dem Buchstaben S. S. Ähm, Straße. Nein. Ähm, Sonne? Nein. Einen supergroßen Nasswagen. Oh. Hallo, Herr Kunde. Hallo. Peppers Spielgruppe hat den Zielort für den Ausflug erreicht. Deswegen steigen jetzt alle aus. Äh. Ich würde am liebsten den ganzen Tag im gelben Bus bleiben. Keine Sorge. Ich bringe euch später mit dem Bus wieder nach Hause. Es macht allen Spaß, mit dem gelben Bus zu fahren. Allen außer Madame Gazelle. Piu. Peppa und ihre Freunde besuchen heute einen besonderen Erlebnispark. Komm schon, Edmund. Du kannst das auch. Es macht Riesenspaß. Wow. Oh. Miau. Ha, ha. Gut gemacht, Edmund. Yay. In diesem Raum steht ein Schwebebalken. Man muss ihn überqueren, ohne dabei ins Kugelbad zu fallen. Wenn ihr weiterhin als Team arbeitet, schafft ihr es bis ganz ans Ende, ohne in eins der Kugelbäder zu fallen. Ich kann gut balancieren. Geht mir nach. Jetzt müssen auch Schorsch, Peppa und Edmund Elefant über den Schwebebalken gehen. Aber Edmund fällt es etwas schwer, den Schwebebalken zu überqueren. Versuch seitwärts zu gehen, Edmund. Probieren wir es doch zusammen. Hurra. Jeder hat es über den Schwebebalken geschafft. Jetzt müssen sie durch diesen Raum schaukeln. Das sieht schwer aus. Man schaukelt damit wie mit einer Schaukel im Park, Emily. Pass auf. Ui. Peppa ist eine Meisterin im Schaukeln. Hurra. Halt dich gut fest, Schorsch. Wiii. Ui. Du bist dran, Edmund. Nur Edmund Elefant hat ein bisschen Angst davor. Wieso schaukeln wir nicht gemeinsam, Edmund? Als ein Team. Ah, gute Idee. Wiii. Ja. Geschafft. Danke, Emily. Jeder hat es mit der Schaukel auf die andere Seite geschafft. Ihr seid bisher ein tolles Team. Ein Raum fehlt euch noch. Das ist der letzte Raum. Aber es führt kein Weg über das Kugelbad. So weit können wir doch nicht springen. Und es gibt auch keine Schaukel. Dieser Raum ist so was wie ein Rätsel. Kein fällt die Lösung dafür ein, wie man über das Kugelbad kommt. Oh. Ich hab's. Aber Edmund Elefant kann super Rätsel lösen. Hihihihi. Ich bin eben ein Schlauberger. Hüpp, 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 hüpp. Jeder hat den Erlebnisparcours erfolgreich bewältigt. Das war wirklich clever, Edmund. Edmund? Wiii. Edmund Elefant kann es nicht erwarten, das Ganze nochmal zu machen. Peppa und Schorsch sind heute auf einem Jahrmarkt. Hallo, Peppa. Bist du schon im Spaßhaus gewesen? Was ist ein Spaßhaus? Es ist ein Gebäude auf dem Jahrmarkt mit vielen lustigen Räumen und ulkigen Gängen. Dürfen Schorsch und ich ins Spaßhaus gehen? Bitte. Bitte. Hallo, Frau Mümmel. Zwei für das Spaßhaus. Für den Eintritt ins Spaßhaus muss Mama Wutz bei Frau Mümmel Coupons kaufen. Aber die Coupons kosten mehr Münzen, als Mama Wutz gedacht hat. Oh. Danke, Mama Wutz. Hier entlang. Hurra. Oh. Das ist die lustige Wackelbrücke. Überquert sie, um den Rest vom Spaßhaus zu sehen. Oh. Peppa überquert die Brücke ganz langsam und vorsichtig. Aber Schorsch findet es lustig, über die Brücke zu rennen. Deine Taktik ist viel besser, Schorsch. Wui. Gratulation. Jetzt müsst ihr den Pfeilen folgen. Hier entlang, Schorsch. Diese Spiegel haben so lustige Formen. In diesen Spiegeln sieht Peppas und Schorschs Spiegelbild wirklich sehr komisch aus. Dieser Spiegel lässt mich riesengroß aussehen. Und du siehst aus, als hättest du einen riesigen Kopf, Schorsch. In dem da siehst du richtig rund aus. Rund. Und in diesem Spiegel sehe ich ja aus wie Frau Mümmel. Ja, denn ich bin wirklich Frau Mümmel. Und hier bläst ein starker Wind. Schau mal. Nach dem Tunnel können wir die Rutsche runterrutschen. Rutsche. Ich helfe dir, Schorsch. Wo bleiben sie denn so lange? Ich hoffe, sie finden raus. Und wie war's? Das Spaßhaus hat wirklich Spaß gemacht. So soll es sein. Jeder liebt das Spaßhaus. Denn das Spaßhaus macht großen Schäden. Heute Abend wollen Mama und Papa Wutz auswärts ein Valentinstagsessen genießen. Mama Wutz hat ein Taxi bestellt. Es ist schon fast da. Hurra! Bitte einsteigen, Madame. Mama Wutz hat versehentlich ein Spezialtaxi bestellt, das man Limousine nennt. Eine Limousine. Wie romantisch. Oh, kitzlig. Wohin geht's, meine Damen und Herren? Zum Haus von Oma und Opa Wutz, bitte, wenn sie so freundlich wären. Peppa und Schorsch werden dort Abendessen. Abendessen! Okay, beruhigt euch mal, ihr zwei. Ah, diese Musik erinnert mich an Venedig. Die Reise nach Venedig war wundervoll. Jetzt ist es eine Disco-Nemo! Oh, das hier gab es in Venedig nicht. Lust auf Schokolade, Mama Wutz? Oh, darf ich davon gehen? Kriegen wir auch ein paar, Papa? Schokolade! Ähm, okay, aber nicht zu viele. Peppa und Schorsch lieben Schokolade. Vielleicht sogar etwas zu sehr. Dann werde ich die hier nehmen. Können wir wieder die Disco-Musik hören? Nur bis wir bei Oma und Opa Wutz ankommen. Bitte! 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 Hallo! Frohen Disco-Valentinstag allerseits! Whee! 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 Kommt schon, willkommen zur Valentinstags-Disco! Das erinnert mich an damals in Paris, Opa Wutz. Jeder liebt es, Valentinstag zu feiern. Aber Mama und Papa Wutz genießen die Fahrt in der Disco-Lemo am allermeisten. Peppa und ihre Familie sind mit dem Auto unterwegs. Aber sie haben ein Problem. Oh je, das Auto springt nicht an. Ihr habt eine Panne. Keine Sorge, ich bringe euch zur Werkstatt. Ich bin gleich wieder zurück. Herr Bulle schleppt das Auto ab, damit es repariert werden kann. Schorsch und Peppa finden das lustig. Hm, aha. Oh je, alles klar. Nun, wir können es reparieren. Oh, gut. Aber wir müssen ein Ersatzteil bestellen. Das wird nicht leicht. Auch nicht billig. Du meine Güte. Wie lange wird es dauern? Es dauert. Solange es eben dauert. Aber wie komme ich jetzt zur Arbeit? Ihr bekommt ein Ersatzauto, während euer Auto repariert wird. Folgt mir. In der Werkstatt stehen viele Ersatzautos. Wählt euch eins aus. Oh, ein Motorrad. Das ist perfekt. Machen wir damit eine Probefahrt. Papa Wutz gefällt es, Motorrad zu fahren. Bonjour, Madame Gazelle. Aber auf einem Motorrad bleibt man bei Regen nicht trocken. Hm, vielleicht brauchen wir etwas Robusteres. Wie wäre es denn damit? Peppa hat einen Monster-Truck entdeckt, der sehr robust ist. Wow! 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 Ich denke, ein Monster-Truck ist wohl etwas zu robust für uns. Tut uns leid. Wie wäre es mit etwas Geräumigem? Wie diesem Bus. Juhu! Mama Wutz gefällt der Bus wirklich sehr. Juhu! Hier ist es so geräumig und friedlich. Oh je. Aber jeder denkt, es sei ein normaler Bus. Es ist nur noch ein Fahrzeug übrig, das Peppas Familie nicht ausprobiert hat. Hier stinkt es ein bisschen. Ja, mit diesem LKW bringe ich den Müll zum Recyclinghof. Den könnt ihr also leider nicht benutzen. Wir werden wohl nie ein Auto finden, das so perfekt ist wie unseres. Nun, ihr habt Glück. Ihr habt so viele Probefahrten gemacht, dass wir inzwischen euer altes Auto repariert haben. Hurra! Danke sehr, Herr Bulle. Danke sehr, Opa Clef. Peppas Familie gefiel es, mit anderen Autos zu fahren. Aber am liebsten fahren sie mit ihrem eigenen Familienauto. Peppa und ihre Familie nehmen heute einen Nachtzug, um einen Ort am Meer zu erreichen, der ganz weit weg ist. Jetzt ist Schlafenszeit. Mit dem Strandball spielen wir besser morgen, wenn wir am Meer sind. Aber ich will noch nicht schlafen gehen. Nun, wir gehen auch noch gar nicht schlafen. Zuerst feiern wir eine Pyjama-Party. Peppa und Schorsch lieben Pyjama-Partys. Gibt es ein Mitternachtsschmaus? Ein Mitternachtsschmaus gehört zu einer Pyjama-Party dazu, Papa. Das weiß jeder. Du hast ganz recht. Alle mir nach. Hurra! Alle sind in den Speisewagen gegangen, um dort den Mitternachtsschmaus zu bestellen. Hallo! Oh! Ach, hallo! Was darf es sein? Wir hätten gern einen Mitternachtsschmaus, bitte. Einmal? Mitternachtsschmaus kommt sofort. Hier, bitte sehr. Obst und warme Milch. Damit ist ein guter Schlaf garantiert. Danke! Alle genießen den Mitternachtsschmaus. Dann putzen sich alle die Zähne und machen es sich im Bett gemütlich. Erzähl uns bitte eine gute Nachtgeschichte. Oh, okay, Peppa. Aber nur eine. Und dann schlafen. Hurra! Das ist die Geschichte von dem magischen Nachtzug. Oh! Wow! Es war einmal ein magischer Nachtzug. Er benötigte gar keine Bahngleise, weil er fliegen konnte. Juhu! 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 Oh! Juhu! 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 Mutschuk. Wow. Es ist morgen und wir sind nicht mehr im Weltall. Weltall? Wie meinst du das? Äh, ich schätze mal, dass wir eingeschlafen sind, Schorsch. Pepper hatte einen schönen Traum. Es ging um einen magischen Nachtzug. Schaut her, wir sind endlich am Meer angelangt. Pepper und ihre Familie sind an dem weit entfernten Strand angelangt. Und die Pyjama-Party im Zug hat allen großen Spaß gemacht. Pepper und Schorsch tun heute so, als wären sie schon erwachsen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wo sind meine Tasche und mein Hut? Wir müssen jetzt schnell zur Arbeit, Mama. Oh, und was wollt ihr denn einmal werden, wenn ihr groß seid? Dinosaurier! Schorsch will ein Dinosaurier werden. Hm, ich denke, wenn ich groß bin, will ich Zahnärztin werden. Dann sorge ich dafür, dass wirklich alle schöne und gesunde Zähne haben. Hm. Interessant. Und, äh, sind alle meine Zähne auch gesund? Du hast aber ganz schön viele saubere Zähne, Mama. Oh. Hier ist dein Aufkleber, weil du so mutig warst. Vergiss nicht, die Zähne zu putzen. Wer ist der Nächste? Oh. 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 Aber du bekommst natürlich trotzdem einen Aufkleber. Oh. 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 Ich denke, du wärst eine sehr gute Zahnärztin. Dinosaurier. Oh. Und du wärst ein ausgezeichneter Dinosaurier, Schorsch. Aber es würde mir auch total gefallen, eine tolle Busfahrerin zu werden. Dann könnte ich alle meine Freunde zum Park fahren. Fahrkarten bitte. Nächster Halt. Der Park. Der Park. Ich würde nur Zahnärztin und Busfahrerin werden. Ich würde auch ganz gern Lehrerin werden. Oh. Dann bringe ich allen bei, wie man schön malt. Daraus wird ein Schmetterling, wenn ihr Handabdrücke verwendet. Und zwar so. Dinosaurier gehen nicht in die Schule, Schorsch. Du könntest ja eine Schule für Dinosaurier eröffnen. Aber wenn ich groß bin, will ich auch unbedingt in Schlampfützen springen. Und Schorsch wird ein Dinosaurier sein. Es wird ihnen immer Spaß machen, in Schlampfützen zu springen. Auch als Erwachsene. Oder als Dinosaurier. Dinosaurier. Viele 준비. Dani frage. Die Frage sehr. Doe. райkrane. Da bin ich. Ich kann.